Herbert Achternbusch ist ein deutscher Schriftsteller, Filmregisseur und Maler. Er ist besonders für seine avagadistischen Filme bekannt. Leben, Kindheit und Jugend Achternbusch kam als nicht-ehrliches Kind eines Zahntechnikers und einer Sportlehrerin zur Welt und wuchs bei seiner Großmutter in Mietraching bei Deggendorf im Bayerischen Wald auf. Seit seiner späten Adoption durch den leiblichen Vater 1960 trägt er den Namen Achternbusch. Er besuchte das Comenius Gymnasium Deggendorf und bereitete sich noch auf das Abitur vor, als 1959 seine Tochter Eva zur Welt kam. Die Mutter des Kindes war eine Mitschülerin. Nach dem Abitur versuchte er sich zunächst als Maler und Lyriker, bevor er zwischen 1960 und 1962 nacheinander an der Pädagogischen Hochschule München-Pasing, an der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und für drei Semester an der Akademie der Bildenden Künste München studierte. Er malte, fertigte Plastiken an, heiratete 1962 seine Kommilitonin Gerda und schlug sich mit Gelegenheitsjobs durch. Schriftsteller Mitte der 1960er Jahre verlegte sich Achternbusch auf Anraten von Kollegen und Freunden wie Hans-Erich Nozak, Günther Eich und Martin Walzer vom Malen aufs Schreiben. Ab 1964 veröffentlichte er in loser Folge einige kleine Bände mit Gedichten und Radierungen. 1969 verlegte der Surkamp Verlag durch die Vermittlung Walzers erste Erzählbände Achternbuschs. Sein Erstlingsroman Die Alexanderschlacht wurde als bahnbrechend für die Avantgarde der jungen deutschen Literatur in den 1970er und 1980er Jahren empfunden. 1977 wurde Achternbusch seiner selbst gewählten Außenseiterrolle gerecht, als er den Scheck mit dem Preisgeld für den von Verleger Hubert Burda gestifteten Petrarca-Preis auf der Preisverleihung verbrannte und die Veranstaltung unter Protest verließ. Neben seinem erzählerischen Werk schreibt er regelmäßig für das Theater. Filmemacher Anfang der 1970er Jahre begann Achternbusch, erste Schmalfilme zu drehen, und kam mit prominenten Vertretern des deutschen Autorenfilms in Kontakt. Er spielte Rollen in Werner Herzogs Kinofilm Jeder für sich und Gott gegen alle und Volker Schlöndorfs Fernsehfilm Übernachtung in Tirol und verfasste 1976 das Drehbuch für Herzogsfilm Herz aus Glas. Sein erster Kinofilm als Regisseur war 1974 Das Andechser-Gefühl. 1982 lösten Blasphemie-Vorwürfe gegen seinen Film Das Gespenst einen Skandal aus. Der Film zeigt, wie Jesus Christus in einem bayerischen Kloster vom Kreuz steigt, um mit einer jungen Ordensoberin zu schlafen. Die freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft entschied, den Film nicht freizugeben, denn er attackiere die katholische Kirche und erzeuge, ein nur noch pessimistisches und nihilistisches Grundmuster der Welt, das keine rationale Verarbeitungsmöglichkeit für den Besucher zulässt. Der Film könne, dem religiösen Empfinden eines nach Millionen zählenden katholischen Teils der Bevölkerung in öffentlicher Vorführung nicht zugemutet werden. In Österreich erreichte Herwig Nachtmann mit einer Klage die Beschlagnahmung des Films nach § 36 Mediengesetz. Es handelte sich um die ersten Beschlagnahmungsfälle in Österreich nach der Verankerung der Freiheit der Kunst im Staatsgrundgesetz. Die FSK revidierte zwar nach kurzer Zeit ihre Entscheidung, dennoch protestierten in Deutschland hunderte von Katholiken vor den Programmkinos, einige auch im Kinosaal, in dem sie ihn als Toilette benutzten. Der damals gerade neu ernannte Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann verweigerte dem Regisseur das Preisgeld für seinen Film Das letzte Loch, der ein Filmband in Silber gewonnen hatte. Zuvor waren Achternbusch von der bayerischen Landesregierung schon einmal Fördergelder verweigert worden, weil er in Servus Bayern einen Dichter, der nach Grönland auswandern will, sagen lässt, in Bayern möchte ich nicht einmal gestorben sein. Am 29. Juni 1983 lehnte Bundesinnenminister Zimmermann auch die Förderung des Films, Der Wanderkrebs, ab. Achternbusch führte nach Zimmermanns Entscheidung einen zehn Jahre dauernden Rechtsstreit gegen die Bundesrepublik Deutschland, den er 1992 vor dem Oberverwaltungsgericht Münster gewann. Dennoch wurde er von den Fernsehanstalten und Fördergremien sehr lange nicht mehr unterstützt. Mit das Klatschen der einen Hand stellte er 2002 den bislang letzten seiner über zwei Dutzend Filme fertig. Privates Achternbusch ist Vater von sechs Kindern und lebte abwechselnd in Buchendorf bei München und in seinem Haus im österreichischen Waldviertel. Er war acht Jahre lang Lebensgefährte von Annamel Bierbichler und lebte zeitweise mit ihr in ihrer Heimat in Ambach. Seit Jahren wohnt er in der Burgstraße im Zentrum Münchens. Seine Tochter Naomi ist Schauspielerin und spielte in seinen Filmen Picasso in München und das Klatschen der einen Hand mit. Ehrungen zu Achternbuschs 60. Geburtstag ehrte ihn die Stadt München, in dem Aphorismen des Künstlers auf Flaggen in der ganzen Stadt zu sehen waren. Das Filmfest München ehrte ihn 2008 mit einer umfassenden Retrospektive. Anlässlich des 70. Geburtstags zeigte das Museum moderner Kunst in Passau eine umfassende Ausstellung zum malerischen Werk des Künstlers von 1990 bis 2008. Achternbusch bevorzugt für seine Bilder Aquarell- und Mischtechnik, wobei er mit der Farbe in seinen Werken impulsiv umgeht. In seinen poetisch sensiblen, kraftvollen und fantastischen Arbeiten erweist sich Achternbusch als bildmächtiger Erzähler. Eine Kurzversion seines Lebens lieferte Achternbusch selbst. Ich musste 1938 auf die Welt kommen, nachdem ich mir meine Eltern schon ausgesucht hatte. Meine Mutter war eine sportliche Schönheit vom Land, die sich nur in der Stadt wohlfühlte. Mein Vater war sehr leger und trank gern, er war ein Spaßvogel. Kaum auf der Welt, suchten mich Schulen, Krankenhäuser und alles mögliche Heim. Ich leistete meine Zeit ab und bestand auf meiner Freizeit. Ich schrieb Bücher, bis mich das Sitzen schmerzte. Dann machte ich Filme, weil ich mich bewegen wollte. Die Kinder, die ich habe, fangen wieder von vorne an. Grüß Gott! Filmisches Werk Herbert Achternbusch gilt als bedeutender Vertreter des deutschen Autorenfilms der 1970er Jahre. Bei seinen Filmen ist er meist Autor, Regisseur, Drehbuchautor und Hauptdarsteller in Personalunion. Gedreht hat er fast ausschließlich mit Freunden wie dem Kameramann Jörg Schmidt-Reitwein und dem Malerfreund Heinz Braun. Eine große Rolle spielten auch die Geschwister Sepp und Annamil Bierbichler, mit denen er in den 80er Jahren als Wohngemeinschaft in Ambach am Starnberger See lebte. Annamil war dabei acht Jahre lang seine Geliebte, bevor er sie für eine 30 Jahre Jüngere verließ. Typisch für ihn sind der Einsatz von Laiendarstellern neben professionellen Schauspielern, das einerseits oft improvisierte, andererseits oft auch theatralisch rezitierende Spiel und die immer wiederkehrenden Themen des als Bigott dargestellten bayerischen Katholizismus und Provinzialismus und des Gefangenseins in der kleinbürgerlichen Ehehölle. Die Kameraarbeit ist meist statisch, die Filme bestehen fast ausschließlich aus totalen und halbtotalen. Achternbus spricht mit seinen Filmen bewusst gesellschaftliche Tabus. Er greift nicht nur die katholische Kirche an, sondern attackiert die seiner Ansicht nach verlogene Gesellschaft mit absichtlich provokant geschmacklosen Szenen. In Bierkampf provoziert er in Polizeiuniform Betrunkene auf dem Oktoberfest, bis diese ihn mit Fußtritten davon jagen. In der Comanche geschieht ähnliches während eines Fußballspiels im Olympiastadion. In Wohin? kommentiert er die Aids-Hysterie der 1980er Jahre, indem er den Aids-kranken Schauspieler Kurt Raab in einem Biergarten über seinen nahen Tod sprechen lässt. In Das letzte Loch will die Hauptfigur die sechs Millionen im Holocaust ermordeten Juden vergessen, indem er für jeden ermordeten Juden einen Schnaps trinkt. Da das nicht gelingt, stürzt sich der Mann in den Strombulli. Seine Ablehnung der CSU zeigte Achternbusch deutlich in der Schlussszene von Der Depp, in der der damalige Ministerpräsident Franz Josef Strauß im Hofbräuhaus vergiftet wird. Kaum beachtet vom großen Publikum hat Achternbusch inzwischen 30 Filme gedreht. Ein kontinuierlich entwickeltes Werk, in dem Komik und Verzweiflung näher zusammenliegen als bei irgendeinem anderen deutschen Filmemacher. Unbekümmert um übliche Dramaturgie, formuliert Achternbusch radikal subjektivistisch, ignoriert ästhetische Konventionen, durchmischt die Genres. Achternbusch übersteigert eine, wie bei Karl Valentin widerständig sprachlogische, Semantik ins Modern-Absurde, belädt sie inhaltlich mit realen Schrecken aus Vergangenheit und Gegenwart und ist zugleich immer spontan und spielerisch. Auszeichnungen 1975 Ludwig-Thoma-Medaille der Stadt München 1977 Petraka-Preis 1980 Nominierung für den Max-Oppes-Preis für der Neger-Erwin 1981 Nominierung für den Goldenen Bären für der Neger-Erwin 1982 Spezialpreis des Filmfestivals von Locarno 1982 Bundesfilmpreis für das Letzte Loch 1983 Nominierung für den Goldenen Bären für das Gespenst 1986 Müllheimer Dramatiker-Preis für Gust 1988 Nominierung für den Goldenen Bären für Wohin? 1989 Tukan-Preis der Stadt München 1990 Internationale Hofer Filmtage Preis der Stadthof 1992 Filmpreis der Landeshauptstadt München 1994 Müllheimer Dramatiker-Preis für der Stiefel und sein Socken 1994 Dramatiker-Preis des Goethe-Instituts für der Stiefel und sein Socken 1995 Nominierung für den Goldenen Bären für Hades 1996 Friedrich Wilhelm Murnau-Filmpreis der Stadt Bielefeld 1999 Ernsthofer Richter-Preis 2010 Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor